Mein liebster Platz in dem Studio ist nach wie vor diese Hohlkehle. Man kann in dieser Hohlkehle fast alles durchführen und es sind fast unendliche Möglichkeiten, die man hier machen kann. Und sie ist vor allem so riesig groß. Ich habe jetzt extra die Softboxen und das Licht hier hergestellt, damit man halbwegs die Ausmaße sieht von dieser Hohlkehle.